Malaysia 2000. Lauf los! Heikinen wieder mal mit Superstart. Achtung, Koltat! Und auch Koltat geht aussen. Neben Schumacher, wer hat die Linie vorne? Koltat! Ah, super aussen gemacht, da hat Schumacher ein Stück zurückgezogen. Ja, da hat er nachgegeben. Wir nötigen innen gegen Marichello. Und ein Crash im Hintergrund hier. Alesi, Diniz, Heidfeld und De La Rosa. Alesi kann weiterfahren. Heikinen, Koltat, Schumacher, Barichello, Wurz, Willner, Lautet, die Spitze, Ralf. Drauf in der Strecke. De La Rosa hat das Vorderrad ab. Verstappen. Der hat gewendet hier. Hat der Michael Schumacher vorsichtig gemacht beim Start. Mein lieber Mann, Celtica-Phasen-Erwägung links oben. Das ist Diniz. Wege dieses Autos hier. Oh ja, das Auto mit einem kaputten Vorderrad ist natürlich schlecht wegzubringen. Diniz ist definitiv draußen. Aber De La Rosa. Und es könnte einen Frühstart gegeben haben. Das wird jetzt untersucht. Nach wie vor Racing an der Spitze. Oh, es geht um die Nummer 1, um Mika Heikinen's Start. Mika Heikinen könnte einen Fehlstart, sprich Frühstart produziert haben. Es ist aber, genau, es ist nur erwogen. Angriff gegen Coltart von Michael Schumacher. Und Safety Car geht raus. Ja, gelb und SC-Schilder vom Gas. Hier geht das Auto raus. Ja, De La Rosas Autokammer wohl nicht wegschieben. Und er steht natürlich genau auf der Ideallinie. Ein Jordan ist hinten in die Box geschossen. Nutzt die Phase, beziehungsweise so geht vielleicht weniger Zeit verloren. Das ist Frenzen. Das ist Frenzen.